Also, Last of Us 2. Was halten wir von Last of Us 2? Ich habe vorhin schon mit dir vor allem darüber geredet, Erol. Das Tempo in dem Spiel, das allgemeine Tempo in dem Spiel, bedeutet, der Spielverlauf, der ist in erster Linie irgendwie erschöpfend. Der wirkt so erschöpfend. Man wird immer wieder von heftigen Situationen überwältigt und plötzlich ist es dann erstmal für dutzende Minuten still. Vielleicht sogar für eine Stunde. Reitest nur, erkundest nur, hast irgendwelche beiläufigen Gespräche. Dann kommt wieder eine heftige Situation. Und dann plötzlich steckst du in einem anderen Charakter. Dann musst du dich erstmal an den wieder gewöhnen. Beziehungsweise, du musst erstmal rekapitulieren, in welchem Zeitabschnitt bin ich gerade? Und was war nochmal der übergeordnete Handlungsstrang von diesem Charakter? Dann kommt auf einmal ein Flashback, eine Erinnerungssequenz. Dann bist du wieder zurück bei Ellie. Also, das Tempo in dem Spiel ist all over the place, wie man so schön sagt. Also, du hast, du hast im Endeffekt keine, du hast eine Struktur im Sinne von Action-Ruhe, Action-Ruhe. Aber da hört es auch schon auf. Dann hast du plötzlich, hast du plötzlich eine offene Spielewelt, eine relativ offene Spielewelt. Dieses Seattle Downtown, wo du mit dem, wo du mit dem Pferd durch die Gegend reitest und plötzlich kannst du in dieses Gebäude. Dann hast du plötzlich eine Map, ja, die du abarbeiten kannst, wie in so einem Open-World-Spiel. Und du denkst dir, ah, okay, das Spiel funktioniert anscheinend so. Und das war nur diese eine Stelle. Die, gut, fairerweise hat die sich ziemlich lang gezogen, aber das ist genau das, was ich meine. Also, das Spiel hatte keine feste Struktur. Du weißt nicht, spiele ich jetzt gerade ein Open-World-Spiel, ein Semi-Open-World-Spiel? Ist das ein Spiel, wo ich festen Korridoren entlang gleite? Und das gepaart mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem ständigen Hin- und Herwechseln, macht das Tempo ein wenig unerträglich, will ich nicht sagen. Ja, ich hatte ja, das Spiel ist ein super Spiel, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, dem Spiel zu folgen und ich fühle, wie das jemanden erschöpft beim Spielen. Also, man wird wirklich erschöpft oder, ja, mir fällt kein besseres Wort ein. Das Spiel erschöpft einen. So, das ist ein ganz großer Negativpunkt, finde ich. Ja, das zweite ist, ich habe mich ja ein bisschen über das Spiel erkundigt, so ist es ja nicht. Und im Vorfeld wurde gesagt, dass man seinen Charakter beliebig anpassen kann, im Sinne von Skill, also Skill-technisch. Ja, kann man seinen Charakter wohl, man muss wohl Entscheidungen treffen, wie man seinen Charakter entwickelt und so weiter und so fort, was aber gar nicht der Fall war. Ja, die Skills, das war kein Skill-Baum, also ein Skill-Tree, ja, wo du in Zweige, wo sich das in Zweige aufteilt, wo du sagen kannst, okay, ich folge jetzt diesem, ich folge jetzt jenem, sondern das war einfach, ich schalte jetzt das frei, dann schalte ich das frei, dann schalte ich das frei, also ganz linear. Das hat mich auf jeden Fall gestört, weil das wurde im Vorfeld ganz anders beworben, meiner Meinung nach. Ja, und der dritte Punkt ist natürlich die Story. Sehr starke Momente gehabt, wirklich sehr, sehr starke Momente, also ich hatte zwei-, dreimal fast Pippi in den Augen. Um spoilerfrei sich auf die Story zu beziehen, die hat mir im Großen und Ganzen, hat die mir nicht so sehr gefallen wie im ersten Teil. Ja, Story grob auch ein Kritikpunkt von mir, aber nichts, nichts, wo ich sage, das macht das Spiel kaputt oder so, um Gottes Willen, also es geht einfach um die Erwartungshaltung, ja, du spielst The Last of Us 2, du spielst ein Naughty Dog-Spiel, du weißt, was in dem ersten Teil passiert und wie gut die Story da ist und der zweite Teil, die Story hat mich einfach nicht so krass abgeholt. Die Welt an sich, ja, das Konstrukt dieser Welt ist super, also diese, wie gesagt, die Fraktionen, die Liebe zum Detail, wie die Charakter geschrieben sind, ja, also irgendwelche Seiten, Side-Charakter, die haben so eine tiefe Persönlichkeit, das ist alles wunderbar, aber der übergeordnete Handlungsstrang, vor allem auch durch die permanente Hin- und Her-Wechselei, wie gesagt, war schon schwierig. Das sind so auf jeden Fall meine Kritikpunkte, wir können ja dann auch mal zu den guten Punkten kommen, also wir fangen erstmal bei der Grafik und beim Sound an, absolut topnotch. Ihr werdet wahrscheinlich nichts Besseres finden aktuell, ja, was die Optik angeht, der Sound, die Wettereffekte, die Charakteranimationen, keine Ahnung, also Details noch und nöcher, also wir haben wahrscheinlich locker 50% der ganzen Details gar nicht wahrgenommen, ja. Die Charakter, die Wunden schon alleine, ja, die bleiben bestehen. Irgendeiner zieht sich eine Wunde zu, dann hat er plötzlich eine Narbe, ja, die bleibt dann da. Sonnenbrand, ja, habe ich gesehen, ja, wie die Haut sich pellt, rote Augen vor einem möglichen Gefühlsausbruch, also absolut irre. Liebe zum Detail, absolut irre. Wettereffekte, absolut irre. Sound, wie gesagt, erste Sahne. Ich weiß nicht, wie die deutsche Sprachsynchro ist, aber die englische ist, muss ich nichts zu sagen, ja, die ist topnotch. Das Gameplay, du bist flexibel unterwegs, ja, du hast verschiedene Gegnervarianten, du hast einmal den Klicker, du hast einmal den Runner, du hast die großen Gegner, du hast Wolves, die sich Menschen, also taktisch benehmen oder, 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 oder soldatisch, in Anführungszeichen, militärisch. Dann hast du dieses Gas, die rumpfeifen und eher mit Pfeil und Bogen auf dich schießen, also sehr abwechslungsreich, sehr, sehr gut gemacht. Das Schleichen ist top, ja, und ich bin ja ein Riesenfan von Schleichaktionen. Die Gegner-KI, also die künstliche Intelligenz, ist auch sehr gut. Wenn die Alarm schlagen, dann aus gutem Grund, wenn die dich verfolgen, dann ergibt das Sinn. Die bewegen sich um Ecken und die benehmen sich wirklich wie Menschen. Die Tatsache, dass die dann auch noch Namen haben, ja, jeder Gegner scheint irgendwie einen Namen zu haben, du tötest jemanden, auf einmal heißt es, ey, du hast, oder Ellen ist tot, oder Sarah ist tot, also, jemanden zu töten ist in diesem Spiel, hat mehr Bedeutung als in jedem anderen Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Die, die Horrormomente waren auch sehr, sehr gut, ich habe mich diverse Male erschrocken und, äh, ja, also insgesamt ist das natürlich ein exzellentes Spiel, ja. Wenn man wirklich nur vom Gameplay ausgeht und von dem, von der Liebe zum Detail, ein absolut exzellentes Spiel. Das ist einfach Qualität und wer meint, dass die Story nicht cool ist oder, oder dass, dass da irgendwelche Sachen ihm nicht gefallen, es gibt ja auch Leute, die da mit der Sexualität vielleicht, äh, dass, dass sie das nicht in Ordnung finden oder so. Das sei mal alles dahingestellt, das interessiert mich auch alles ehrlich gesagt nicht. Solange die Story mir gefällt, ist das, ist das alles in Ordnung. Also ich würde, wenn wir von Punkten ausgehen, von so einer Punktevergabe, würde ich dem Spiel jetzt aktuell, mit dem relativ subjektiven noch, äh, Blick auf das Spiel, würde ich dem von 10 Punkten mindestens 9 geben. Äh, aber keine 10, ja, also das Spiel hat keine 10 von 10 verdient, in meinen Augen. Dafür hat es hier und da einfach gehapert. Ne, also es ist ein sehr qualitatives Spiel, aber dieses perfekte Rating ist dann am Ende meiner Meinung nach nicht da. Ja, aber das ist meine Meinung, da gibt es zig, äh, zig Magazine oder zig Leute da draußen, die dem Spiel eine perfekte Note geben. Auf der anderen Seite gibt es auch total viele, die sagen, boah, die Story war so scheiße, ich gebe dem Spiel nur 2 von 10 Punkten oder so, aber das finde ich, das finde ich übertrieben dann, ja. Dem Spiel irgendwie 2 oder 4 oder so von 10, hallo, nur, nur das Gameplay alleine gibt dem Spiel eine berechtigte 8 von 10 oder von mir aus eine 7 von 10, ja. Nur das Gameplay. In jedem anderen Spiel, ne, also kann ich sagen, ey, ich fühle, wir kommen so langsam ans Ende. Aber bei dem Spiel hatte ich gar keine Ahnung. Vor allem nachdem, nachdem Tommy, äh, Ellie besucht hat, ne, in dieser, auf diesem Bauernhof da, ihr wisst, was ich meine. Wo Dina mit dem Baby und so, vor allem nach der Szene, dachte ich mir so, okay, bin ich jetzt bei der Hälfte vom Spiel? Oder, oder wie funktioniert das jetzt, ja? Dann haben wir nochmal mit Abby gespielt, für 10 Minuten effektiv. Warum auch immer. Ne, ihr, ihr, also das Tempo war total, total komisch in dem Spiel. Man hat ja als Zocker so Momente, wo man sagt, so, jetzt bin ich investiert, ja, jetzt, jetzt gebe ich alles. Jetzt ist meine Aufmerksamkeit bei 100%. Aber weil du nun mal diese permanenten Wechsel hast und weil du nun mal denkst, okay, jetzt kommen wir zu einem gewissen Ende oder zu einem gewissen Abschluss, aber der kommt dann nicht, dann willst du nur noch dahin, so schnell wie möglich. Du bist nicht mehr investiert zu 100%. Und das ist halt schädlich. Das ist scheiße für die, für die Spielerfahrung. Aber als, wenn du wirklich aktiv spielst, merkst du, wie, wie du ab einem gewissen Punkt einfach denkst, so, boah, jetzt bin ich wieder mit ihr. Wie lange geht das jetzt? Äh, vielleicht dauert das nur 10 Minuten, vielleicht dauert das 4 Stunden. Weißt du, was ich meine? Also, du weißt nicht, wie viel Aufmerksamkeit du investieren sollst. Und 100% Aufmerksamkeit ist unmöglich bei diesen ständigen Wechseleien und bei diesem ständigen Tempowechsel geht einfach, also das kriegst du nicht hin. Bei Teil 1 hatten wir Joel. Joel, Joel, Joel. Und einmal kurz Ellie und das war's. Also, wie gesagt, ich will das Spiel nicht schlechtreden, um Gottes Willen. Also, Leute, ich hab dem Spiel eine 9 von 10 gegeben. Also, alles, ich find das Spiel wunderbar. Aber diese Tempogeschichte hätten die irgendwie, das ging mir irgendwie gegen den Strich. Was die Entwickler da versucht haben, ist wirklich, da zieh ich echt meinen Hut vor. Dieses klassische Gut gegen Böse existiert hier gar nicht. Du hast keine Heldin, du hast keinen Antagonisten. Das existiert in diesem Spiel nicht. Auch wenn man am Anfang davon ausgeht. Wir waren ja alle Team Ellie und Team Joel. Aber was sind wir am Ende? Ich tendiere am Ende fast schon zu Team Abby. Abby ist mir zum Schluss hin super sympathisch geworden. Ich hatte wirklich eine Zeit lang, so im letzten Drittel vom Spiel, hab ich mir echt gedacht, so ey, schließen sich Ellie und Abby zusammen und kämpfen eventuell gegen Isaac und diese Prophetin oder was auch immer? Das hätte ich schon irgendwie gefeiert, wenn man das gut umgesetzt hätte. Also die offene Frage, die mich am meisten interessiert, abgesehen halt von Ellie und Abby, ist auf jeden Fall Tommy. Da frage ich mich echt. Weil im Endeffekt, wenn der Tommy sein Ziel noch nicht erreicht hat, dann ist das irrelevant, ob Ellie die Abby laufen lässt oder nicht. Weil Tommy will die Abby auf jeden Fall tot sehen. Die Sache ist ja die, die Entwickler haben ja so einen klassischen Metal Gear Solid 2 abgezogen. Und zwar bei Metal Gear Solid 2. Ich bin ja ein riesen Metal Gear Solid Fan. Bei Metal Gear Solid 2, damals auf der PS2 noch, vor dem Release. Die ganze Welt hat natürlich auf Metal Gear Solid 2 gewartet, weil der erste Teil hat ja richtig revolutioniert. Und die haben im Vorfeld immer nur so Gameplay-Ausschnitte gezeigt, wo man den Snake spielt. Die Hauptrolle von Teil 1. Millionen Menschen haben sich dann das Spiel gekauft, ja, den zweiten Teil. In der Erwartung, dass sie das ganze Spiel mit Snake spielen, mit Solid Snake. Und was passiert? Man spielt effektiv die erste halbe Stunde mit Snake und spielt dann den Rest des Spiels mit Raiden. Mit so einem anderen Typen, der auch noch optisch und von der Persönlichkeit her das genaue Gegenteil von Snake darstellt. Also, die haben quasi die ganzen Leute verarscht. Und ich finde, so ein bisschen hat The Last of Us 2 das auch gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir Ellie spielen. Dass wir einen Rachefeldzug mit Ellie bestreiten. Ja, und plötzlich spielst du, also gefühlt für mich, ich habe gefühlt mehr mit Abby gespielt als mit Ellie. Ich weiß nicht, wie die prozentuale Verteilung da jetzt ist, aber ich habe gefühlt mit Abby mehr gespielt als mit Ellie. Sein klassischer Metal Gear Solid 2 wurde da abgezogen.